In der Lidl-Bäckerei gibt es manche Schlägerei. Ey, unsere beiden Garten-Landschaftsbauer, die haben unseren Vorarbeiter, den Herrn Pitbull, total verarscht. Der Rainer und der Ofuk. Der Rainer ist hingegangen, hat ein Loch gemacht, der Ofuk hat es direkt wieder zugemacht. Dann sind die ein Stück weiter gegangen, hat der Rainer wieder ein Loch gemacht und der Ofuk direkt wieder zugemacht. Wieder ein Stück weiter gegangen, der Rainer ein Loch, der Ofuk wieder zu. Der Rainer ein Loch, der Ofuk wieder zu. Das haben die einen halben Vormittag um das ganze Haus gemacht. Ey, da ist der Vorarbeiter gekommen und hat gesagt, seid ihr eigentlich doof? Was macht ihr da? Die so, ja, sorry, aber der Murat, der normalerweise den Baum reinsetzt, der ist heute krank. Um das letzte Brot kämpfst du bis zum Tod, besser hast du deine Bros dabei. Jetzt Tickets sichern bei der Dennis. Ey, ich sehe, verreicher aus Du. Kommt vorbei. Dennis.